Am liebsten gehe ich da tatsächlich an der Promenade entlang, an der Sparrenburg. Es ist auch nicht so weit von mir daheim, lässt sich von der Altstadt ganz gut verbinden mit einem Spaziergang, bis man hier oben ist und dann kann man hier ein bisschen flanieren. Bei den Temperaturen mag ich es eigentlich. Klar, es ist kalt, aber ich mag diese kalte, frische Luft, dann mal einen kleinen Spaziergang. Das tut immer ganz gut, um auch den Kopf frei zu bekommen von anderen Dingen. Ob es dann jetzt hier oben ist oder in der Stadt, das mache ich eigentlich relativ regelmäßig. Der Ausblick ist natürlich traumhaft. Ich denke jetzt, wenn wir das eine oder andere mal öfter hier sein, jetzt einen kleinen Hund noch haben. Aber ja, hier ist schon sehr angenehm hier oben. Man hat hier alles, was man braucht. Ich wohne direkt in der Stadt bzw. in der Altstadt und ja, macht bisher Spaß. Ich hasse es, wenn es 30 Grad ist und man Fußball spielen muss. Da habe ich es lieber so wie jetzt. Da friert man ein bisschen die ersten Minuten, aber dann wird man warm. Das ist ein bisschen angenehmer. Ich bin auch auf dem Land aufgewachsen, von daher direkt am Feld, ein bisschen der Haus, von daher. Ciao Natur, ja.